Für die FDP-Fraktion erteile ich nun Frau Knell das Wort. Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Bei so manchem Redebeitrag wünscht man sich, dass der von der AfD kritisierte Kondomführerschein vielleicht auch schon ein paar Generationen vorher unterrichtet worden wäre. Vielleicht hat uns das das eine oder andere hier erspart. Aber lassen Sie mich auch sagen, arm ist das, was Sie hier abliefern, und zwar jedes Mal. Man denkt immer, es geht nicht mehr schlimmer, und dann kommen Sie und überzeugen uns vom Gegenteil, und dann am besten noch gleich zweimal hintereinander. Es ist wirklich unfassbar, was wir hier teilweise ertragen müssen. Aber jetzt zum Thema, weil es ja ein wichtiges Thema ist. Deswegen möchte ich auch zu Beginn meines Redebeitrags eines noch einmal klarstellen. Das Grundgesetz verspricht allen Menschen gleiche Freiheit und gleichen Schutz, und zwar egal, wen Sie lieben, egal, welchem Geschlecht Sie sich zugehörig fühlen. Das ist für uns Freie Demokraten selbstverständlich. Jeder Mensch kann selbst entscheiden, wie er lebt, wie er liebt. Für die persönliche Freiheit sollte die sexuelle oder geschlechtliche Identität vollkommen unerheblich sein. Leider werden viele Menschen immer deshalb diskriminiert, und zwar auch von Ihnen. Darum will auch die Ampelkoalition zum Beispiel Art. 3 des Grundgesetzes um das Merkmal der sexuellen Identität bei den besonderen Diskriminierungsverboten ergänzen. Auch wir wollen ein Familienrecht schaffen, das der Vielfalt des Zusammenlebens Rechnung trägt. Schlussendlich müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass homo- und transfeindliche Gewalt als solche anerkannt und auch als solche bestraft wird. Dafür sind wir dann auch auf der Landesebene zuständig. Hier erwarte ich übrigens noch mehr Engagement von der Landesregierung. Aber gut, ich möchte diese Grundsätze zu Anfang nicht unerwähnt lassen, weil sie für ein respektvolles Miteinander in unserer Gesellschaft essentiell sind. Weil es genau diese Grundsätze sind, die von Ihnen, von der AfD, immer und immer wieder infrage gestellt werden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Dagegen stelle ich mich mit meiner Fraktion und ich denke auch mit allen anderen demokratischen Fraktionen in diesem Landtag. Die AfD hat die Aktualisierung des Lehrplans zur Sexualerziehung im Jahr 2016 zum Anlass dieses Setzpunktes genommen. 2016 änderte der Kultusminister per Ministerentscheid den Lehrplan. Ich gebe zu, meine Fraktion war damals mit der Verfahrensweise auch ein wenig unglücklich. Das haben wir dort auch gesagt, insbesondere weil der Landeselternbeirat für uns ein sehr wichtiges Gremium ist, dessen Votum in solche Entscheidungen mit einbezogen werden muss. Die Debatte kreiste übrigens damals viel um den Unterschied zwischen Akzeptanz und Toleranz, den Sie ja immer noch nicht verstanden haben. Deswegen ist auch diese Benennung nicht wirklich kreativ oder innovativ. Aber gut, es ist vor sechs Jahren besprochen worden. Aber nicht nur das, Ihre inhaltlichen Anmerkungen in diesem Antrag sind wirklich hanebüchen. Sie schreiben, es gebe im Lehrplan nicht altersadäquate Inhalte, die auf Kinder desorientierend wirken könnten. Dann nennen Sie als Beispiel, jetzt kommt es, dass in der Altersgruppe sechs bis zehn Jahre das Thema unterschiedliche Familiensituationen besprochen werden soll. Meine Damen und Herren der AfD, unterschiedliche Familiensituationen sind in diesem Land Realität. Tausende Alleinerziehende, Regenbogenfamilien, Patchworkfamilien, Pflegefamilien arbeiten Tag und Nacht dafür, Kindern ein liebevolles Zuhause zu geben. Ich finde, es ist eine Frechheit, dass Sie erwarten, dass diese Realität in der Schule ausgespart wird. Meine Damen und Herren, an dieser Kritik ist nämlich nur eines desorientierend, das ist Ihre Verweigerungshaltung, unterschiedliche Realitäten in diesem Land anzuerkennen. Wenn Sie das Thema Sexualerziehung schon auf die Tagesordnung setzen, dann wäre es wünschenswert gewesen, um heute auch einmal zu schauen, was eigentlich im Sexualkundenunterricht noch fehlt. Wir haben heute Morgen das Thema gehabt. Ich beschäftige mich in meiner politischen Arbeit viel mit dem Periodentabu und der Endometriose. Wenn ich ehrlich bin, da sehe ich zum Beispiel noch viel Bedarf für Aufklärung, sowohl über die Menstruation selbst, aber auch damit verbundene Krankheiten, wissen junge Mädchen und Jungen viel zu wenig. Dabei wären mehr Informationen so dringend notwendig, um den Charme, der noch immer hinsichtlich der Periode besteht, endlich aus der Welt zu räumen. Die Grundidee der Änderung des Lehrplans in 2016, die Akzeptanz verschiedener sexueller Identitäten, teilen wir in meiner Fraktion geschlossen. Meine Damen und Herren, ich sage es ganz deutlich. Das Problem der Kinder ist nicht die Vielfalt von sexuellen Identitäten in unserer Gesellschaft. Das Problem ist ein Klima der Angst, das durch die AfD geschürt wird. Es ist genau dieses Klima, das dazu führt, dass queere Menschen in Hessen vor Gewalt und um ihr Leben fürchten müssen. Dass die AfD diese Debatte angesichts der aktuellen Entwicklungen auch noch hier führen möchte, ist wirklich pietätlos. Wenn die zahlreichen und zum Teil tödlichen Attacken auf queere Menschen in jüngster Zeit doch eines gezeigt haben, ist, dass Toleranz längst nicht genug ist. In diesem Sinne braucht es nicht weniger, sondern viel mehr Akzeptanz in unserer Gesellschaft. Vielen Dank, Frau Abg. Knell. – Als Nächster hat sich der fraktionslose Abg. Kahn zu Wort gewendet. Bitte schön. Wir hatten uns einmal darauf verständigt – das haben auch mehrere schon einmal vom Pult gesagt –, dass, wenn ein Redner zum Rednerpult geht, nicht vorher schon Bemerkungen gemacht werden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Hering hat eben gerade gesagt, brauchen Sie Polizeischutz. Nein, lieber Herr Hering, ich schaffe das schon alleine. Zum Thema. Jeder hat ein Recht auf individuelle Glückserfüllung. Selbstverständlich betrifft das auch die eigene Sexualität. Dieses Recht gesteht offenbar die AfD nicht allen Menschen zu. Wieder einmal inszeniert sie sich, und zwar mit sehr viel Unverständnis. Eigentlich mag man dem Ganzen gar nicht mehr anhören, denn dieser Antrag ist einer von vielen, der rückwärtsgerannt ist. Eigentlich ist er von gestern oder besser gesagt von vorgestern. Er demonstriert ein einseitiges Familienbild, und zwar ein Familienmodell, das der Wirklichkeit völlig widerspricht. Nichts daran ist falsch, was im Hessischen Lehrplan steht, was die AfD hier moniert. Es ist völlig richtig. Es muss eine Akzeptanz sexueller Vielfalt geben. Das ist unsere Lebenswirklichkeit. Die AfD möchte uns auch weismachen, dass das elterliche Erziehungsrecht gefährdet sei. Niemand nimmt Ihnen dieses Recht. Das ist auch grundgesetzlich verbrieft. Wer hier allerdings nicht altersadäquat Einfluss ausüben möchte, das ist die Fraktion auf Rechtsaußen und deren überkommende Sexualvorstellungen, die hier einmal mehr offenbart werden. Wir lassen Ihnen das nicht durchgehen, denn mit Ihrer Auffassung fügt sie allen Menschen Schaden zu. Die AfD hat zwar im Landtag ein Rederecht, aber sie hat keinesfalls das Recht, andere Menschen mit ihrer Sexualität zu diskriminieren. Noch schlimmer, die AfD verachtet eigentlich Menschen, die in ihrem Menschenbild nicht passen. Das lassen wir wirklich nicht durchgehen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Kahn. – Für die Landesregierung hat jetzt der Kultusminister das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Was die AfD hier zum Setzpunkt erhoben hat, ist eigentlich schon eine ganz alte Kamelle. Seit sechs Jahren ist der neue Hessische Lehrplan zur Sexualerziehung nun in Kraft. Das ist schon mehr als die halbe Laufzeit, die dieser Lehrplan üblicherweise vor seiner regelhaften Erneuerung absolviert. Frau Kollegin Knell und Frau Kollegin Knell ist übrigens eine gute Gelegenheit, auch Frau Kollegin Ravensburg, über so etwas wie die Endometriose, wo wir heute Morgen darüber debattiert haben, schon einmal für die nächste Novellierung vorzusehen. Menstruation ist natürlich schon drin, aber in der Tat diese Krankheit nicht explizit. Das sind alles Dinge, die man im Laufe der Zeit überarbeitet. Deswegen ist es gut, dass man solche Lehrpläne auch von Zeit zu Zeit neu anpackt. Sechs Jahre ist dieser Lehrplan jetzt in Kraft, und mir liegen keinerlei Beschwerden darüber vor, wie dieser Lehrplan im schulischen Alltag praktisch gelebt und umgesetzt wird. Alle, die damit in der Praxis zu tun haben, sind zufrieden. Dass der Lehrplan bestimmte sexuelle Praktiken, Verhaltensweisen oder gar operative Eingriffe propagieren würde, ist einfach dummes Zeug. Lesen hilft übrigens auch, Herr Kollege Scholz. Auch das Gutachten des Kollegen Winterhoff zur angeblichen Rechtswidrigkeit dieses Lehrplans ist jetzt schon sechs Jahre alt und übrigens auch ohne weitere Konsequenzen geblieben. Aber da Sie nichts Wichtigeres zu tun haben, als längst geführte Debatten wieder aus der Gruft zu holen, will ich hier noch einmal die grundlegenden Parameter für Sexualerziehung in der Schule hinterlegen, wie sie das Bundesverfassungsgericht schon 1977 statuiert und seither auch immer wieder bekräftigt hat. Es gibt eine Gleichrangigkeit des elterlichen Erziehungsrechts mit dem Erziehungsauftrag des Staates. Die individuelle Sexualerziehung gehört zu dem natürlichen Erziehungsrecht der Eltern nach Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz. Darauf muss der Staat Rücksicht nehmen. Deswegen darf die Schule hier in der Tat auch nicht indoktrinierend wirken. Aber der Staat ist aufgrund seines Erziehungs- und Bildungsauftrags nach Art. 7 Abs. 1 Grundgesetz berechtigt, Sexualerziehung in der Schule durchzuführen, und zwar auch als verbindlichen Stoff für alle. Jetzt kommt das Entscheidende. Diese Sexualerziehung muss für die verschiedenen Wertvorstellungen auf diesem Gebiet offen sein. Diese Wertvorstellungen wandeln sich auch, meine Damen und Herren. Auch deswegen müssen die entsprechenden Leitlinien immer angepasst werden. Das können Sie im Übrigen an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts selbst studieren. Denken Sie nur beispielsweise an die Ehe für alle. Das betrifft auch die verwendete Begrifflichkeit. Sie propagieren den Begriff der Toleranz. Das ist schön. Den verwendet ja sogar die Landesverfassung in der noch altertümlichen Form der Duldsamkeit, allerdings bezogen auf religiöse und weltanschauliche Empfindungen, nicht auf sexuelle Identitäten oder Orientierungen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Da Sie von der AfD ja auch so gerne die Beschäftigung mit den deutschen Geistesgrößen vermissen, sollten Sie wissen, dass beispielsweise Kant, mein persönlicher Lieblingsphilosoph, wie Sie wissen, Toleranz als eine Form des Hochmuts betrachtet hat. Und Goethe schreibt in seinen Maximen und Reflexionen, ich zitiere, Toleranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein. Sie muss zur Anerkennung führen. Dulden heißt beleidigen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Diesen Hinweis, meine Damen und Herren, beherzigen wir eben auch noch nach fast 200 Jahren. Ja, wir dulden die unterschiedlichen sexuellen Identitäten und Orientierungen von Menschen nicht nur, wir erkennen sie an. Das bedeutet, jeder und jede ist okay so und wird so angenommen, wie sie oder er ist. Das kollidiert übrigens auch in keiner Weise mit der grundlegenden Bedeutung von Ehe und Familie, sondern ist einfach eine Anerkennung der gelebten Realität und ein Ausdruck der gleichen Würde aller Menschen. Auf Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz wollte ich diese Rede beschließen. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. – Vielen Dank, Herr Staatsminister Lorz. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte und überweisen den Antrag der Fraktion der AfD mit der Drucksache 19-1934 zur weiteren Beratung in den KPA. Damit sind wir auch am Ende der Beratung heute Vormittag angekommen. Ich wünsche allen eine gute Mittagspause. Wir sehen uns wieder um 15.10 Uhr.